Das Besucherzentrum eines Supermax-Gefängnisses ist oft der einzige Ort des gesamten Komplexes, an dem Gefangene ihren gewalttätigen Ruf, den sie sich selbst angeeignet haben, beiseite legen können. In einer so abgeschiedenen Einrichtung wie OSP 4 müssen Familien Tausende von Credits aufbringen und lange Reisen auf sich nehmen, um ihre geliebten, inhaftierten Menschen zu treffen. In Ausnahmefällen erklärt sich das Gefängnis auch dazu bereit, einen Teil der Kosten zu übernehmen. Es gab eine Menge Untersuchungen, die darauf hinwiesen, dass ein Gefangener, der den sozialen Kontakt zu seinen Geliebten aufrechterhalten durfte, sich fügsamer verhielt und einfacher im Umgang war. Es war also eine Investition, die sich auf lange Sicht tendenziell auszahlte. Jetzt war das Besucherzentrum aber das neue Zuhause der Novadox, einer Gruppe Piraten, die von einem Mann namens Martin Kilkenny angeführt wurde, einem Kannibalen mit Gotteskomplex. Nyland wollte eigentlich einen großen Bogen darum machen, aber sie brauchten Treibstoff, um von OSP 4 fliehen zu können. Und die einzig ihnen bekannte verfügbare Quelle befand sich auf der anderen Seite dieses Zentrums. Sie waren so nah, dass sie ihre Koms ausschalten mussten. Denn selbst ein verschlüsseltes Signal gab ein verräterisches Rauschen ab. Als sie nun durch einen engen Wartungsschacht krochen, mussten sie flüstern, was in den Raumanzügen kein einfaches Unterfangen war. Nyland kroch voraus, da er diese Tour schon mehrere Male zuvor gemacht hatte. Allerdings mit einer Tasche voll verbotener medizinischer Vorräte, die er an seinem Bein befestigt hatte. Der einfachste Weg, sich hier fortzubewegen, war, auf den Ellbogen zu robben. Er kam gut voran. Die anderen dagegen hatten ihre Probleme. Das wäre ohne die Raumanzüge um einiges einfacher, murrte eine Stimme hinter ihm. Im Tonfall nach war es Relic. Der andere Ex-Häftling, Pike, hatte eine tiefere Stimme und sprach nur äußerst selten. Es wäre zu laut, sie hinter uns herzuziehen. Und auf der anderen Seite brauchen wir sie sowieso wieder. Davon abgesehen läuft hier genug Strom durch die Leitungen, um dich auf der Stelle zu braten. Die Isolierung des Anzugs sollte zumindest ein wenig Schutz gegen Kurzschlüsse bieten. Psst! Nyland bemerkte plötzlich eine Bewegung durch das Zugangsgitter vor ihnen und dermahnte Relic und Pike. Psst! Jetzt haltet die Klappe, bevor uns die Novadox hören! Obwohl sie den Schaden, den Kilkenys Männer angerichtet hatten, gesehen hatten und durch Teile der Station wandern mussten, die bis zum nackten Weltraum offen waren, begegneten sie den Piraten selbst nur selten. Zum ersten Mal konnte Nyland nun ihre Truppe in Ruhe durch ein schmales Zugangsgitter betrachten. Es waren Dutzende. Sie waren in einem kleinen Bereich ca. 10 Meter entfernt von ihnen und trugen Raumanzüge, die unterschiedlichen Streitkräften und sogar Zeitepochen zugeordnet werden konnten. Einige waren sogar mit Teilen von Anzügen zusammengeflickt worden, die einst fremden Rassen gehört haben mussten. Viele waren nur notdürftig mit dicker, teerartiger schwarzer Farbe angemalt, wo die Originalfarbe noch durchschimmerte. Nur wenige trugen Helme. Der Rest bevorzugte es, ihre aufwendigen Frisuren zu präsentieren. Meistens Varianten des Irokesenschnitts mit langen, beflochtenen Koteletten und Nacken sowie Gesichtstattoos. Ich hänge fest. Die Stimme gehörte zu Pike, dem Meister im Umgang mit Worten. Keine Panik, zischte jemand laut. Ich bin nicht panisch. Ich hänge nur fest. Nylund sah zu Wes Morgan. Er zog die Augenbrauen hoch und blickte dann zurück zum Ende des Schachts. Sie hörten eine Reihe dumpfer Schläge. Wenn du mich noch einmal trittst, schieße ich dir in den Arsch. Pike wurde nur langsam sauer, aber jetzt konnte Nylund einen Anflug von Ärger in seiner Stimme vernehmen. Außerdem wurde er lauter, weshalb Nylunds Blick besorgt zurück zum Zugangsgitter wanderte. Die Novodox waren selbst ein lautstarker Haufen, aber einer von ihnen, ein Mann mit Vollbart und wildem schwarzen Haar, hatte jetzt seinen Kopf in ihre Richtung gedreht. Haltet die Klappe, zischte Nylund. Sollen wir ihn zurücklassen? fragte Relic. Ihr lasst mich nicht zurück. Pikes Aussage war endgültig. Eine Drohung war unnötig. Es klang nicht so, als würde auch nur einer von ihnen seine Stimme senken. Im Gegenteil, sie wurden noch lauter. Der bärtige Pirat war inzwischen aufgestanden und begann, auf die im Schacht hockende Gruppe zuzugehen, sein Gewehr locker in der Hand. Letzte Warnung, Leute! Seid still! Der Schacht war sehr eng, doch Nylund hat sein Bestes zur anderen Seite zu robben, außer Sicht des Zugangsgitters. Er war weit genug weg und außerhalb des Blickwinkels. Jedoch wollte er nicht riskieren, dass der Pirat eine Bewegung ausmachen konnte. Ihr werdet mich hier rausholen! Ich werde hier nicht sterben! Nylund hörte den Klang von zerknittertem Aluminium und Klopfgeräuschen, als Pike versuchte, sich selbst zu befreien. Jemand fluchte und dann ertönte ein Alarmruf von dem Piraten unter ihn. Schüsse durchschnitten die Luft und Funken stoben aus der Wand des nächstgelegenen Schachts. Löcher erschienen in einer Reihe und reichten von der unteren Ecke bis zur Decke knapp über Nylunds Kopf. Hinter ihm begann Pike in Panik zu geraten und krallte sich an Relic, der verzweifelt versuchte, ihn wegzustoßen. Morgan, der von ihnen die meiste Erfahrung hatte, versteckte sich in einem der seitlichen Lüftungsschächte. Wir müssen hier raus! Wie? rief Nylund zu ihm zurück. Auf unseren Händen und Knien? Wir sind durchlöchert, bevor wir auch nur zwei Meter weit kommen. Dann überleg dir was! Morgan setzte sein Gewehr ab und drehte es so, dass es diagonal nach unten zeigte. Auf diese Weise passte die Waffe gerade so in den Schacht. Er drückte den Abzug und ließ es durch Rückstoß zur Seite schnellen, während es noch immer Kugeln ausspie. Nylund hörte Schreie von unten. Dann wurde das Feuer erwidert. Sie saßen fest. Er musste sie herausholen, und zwar schnell. Als er beinahe mal mit Schmuggelware gefangen worden war, hatte Nylund diese Schächte verlassen, indem er den Feueralarm auslöste. An der Decke über ihnen verlief ein Bündel Kabel. Kurzerhand zog er ein kleines Messer aus dem Ausrüstungsgürtel seines Raumanzugs und schnitt zwei davon durch. Wieder einmal dankbar dafür, dass der Anzug isoliert war. Er verbannt sie, doch wurde lediglich mit sprühenden Funken belohnt. Schnell schnitt er zwei weitere Kabel durch und verbannt sie. Dieses Mal leuchteten die Lichter auf und eine Sirene begann irgendwo in der Nähe zu klingeln. Der einfachste Weg, ein Feuer in einem Raumschiff zu löschen, war es, dieses im kalten Vakuum des Weltraums zu ersticken. Metallplatten senkten sich über den Gittern, versiegelten sie so dicht wie möglich und ein Nadelloch großer Lichtpunkt erschien am hintersten Ende des Tunnels, als die Außentür geöffnet wurde. Augenblicklich begann die Luft um sie herum zu pfeifen und Nylund spürte, wie sie ihn mitzog. Sein Raumanzug schrammte am Metall, als er gegen die Wände und Decke geschleudert wurde. Dann war er im Weltraum. Ein Sternenbild wirbelte um Nylund herum, dann rückte die Station wieder in sein Blickfeld. Er konnte sich selbst hyperventilieren hören, als er erkannte, dass er in Richtung eines tausend Kilometer entfernten Planeten fiel. Eine Metallantenne erschien in Nylunds peripheren Sichtfeld und er griff mit seiner Hand danach. Sein Griff war so fest, dass es ihm fast den Arm aus der Halterung gerissen hätte. Plötzlich tauchte ein bläulicher Blitz auf. Nylund versuchte mit seiner anderen Hand blind danach zu greifen. Wie durch ein Wunder erwischte er Morgans Hand und hielt sie fest. Er schwang ihn zu der Antenne neben sich. Morgan, der sich im Weltraum weitaus wohler fühlte als Nylund, nutzte den Schwung, um mit den Füßen voranzulanden und seine magnetischen Stiefel sich fest daran klammern zu lassen. Ein weiterer Körper kam trudelnd in ihre Richtung und sie konnten Schreie über Funk hören. Morgan streckte seine Hand aus, traf dabei aber nur Relics Hüfte, wodurch Relic jedoch wieder weiter von ihnen wegwirbelte. Ohne zu zögern drückte er ein Ende des Gewehrs in Nylunds Hand, stieß sich von seinem Knie ab und drehte sich dabei um sich selbst. Seine Füße trafen die Brustplatte des Raumanzugs und die magnetischen Stiefel rasteten an dem Metallplastik-Kunststoff ein. Nylund spürte einen enormen Zug am Gewehr und für einen Moment schien es sich wie eine Nabelschnur zwischen ihnen beiden auseinanderzuziehen. Dann ließ er nach und er konnte beide zurückziehen. Dem nächsten Raumanzug folgte eine Wolke aus roten und silbernen Kristallen. Und als sich die Brust in das Wegfeld drehte, konnte man mehrere große Löcher erkennen, aus denen keine Luft mehr strömte. Für Pike war es zu spät. Nylund, hörte er Morgans Stimme über Funk. Wir haben ein Problem. Relic wurde angeschossen. Die Kugel hatte ihn zwar verfehlt, dafür aber für einen tiefen Riss in seinem Anzug gesorgt, aus dem nun pulverförmig Luft in das Nichts strömte. Nylund hatte keinen Patch dafür und außerdem wäre sowieso nicht genug Zeit gewesen, ihn anzubringen. Relics Augen waren geweitet und er geriet in Panik, als er vergeblich versuchte, die entweichenden Luftkristalle zurück in seinen Anzug zu stopfen. Seine Temperaturanzeige stürzte rapide ab und die Venen auf seinen Wangen röteten sich in einem verworrenen Muster. Nylund wollte etwas sagen, um ihn zu beruhigen, musste sich aber schnell eingestehen, dass das Einzige, was er über ihn wusste, war, dass er sie bei ihrer ersten Begegnung beinahe mit einer Reparaturwaffe umgebracht hätte. Deshalb fiel ihm nichts Besseres ein, als seine Hand festzudrücken und ihm zuzuflüstern, dass alles okay war. Immer und immer wieder. Es ist alles okay. Relics Wangen und Nase wurden bereits schwarz und seine Lunge erhob sich nach Luft, die nicht mehr da war. Seine Augen fanden Nylunds und verharrten dort für eine gefühlte Ewigkeit. Nylund wusste nicht genau, wann er starb und war sich auch nicht sicher, ob man das jemals wusste. Morgan und er versteckten sich im Schatten des Treibstofftanks, als Piratenjäger nahe der Hülle vorbeiflogen, um nach Überlebenden zu suchen. Zwei schnelle Feuerstöße ließen erkennen, dass sie die Körper von Relic und Pike lokalisiert hatten. Es war eine Einäscherung der grausamsten Art. Die beiden Männer warteten mehrere Stunden, bevor sie Konicek das Signal gaben, mit den Jägern und dem Transporter zu ihnen zu kommen. Denn sobald sie die Sicherheit des Frachtraums C verließen, hatten sie nur wenige Minuten zum Betanken, bevor die Instrumente der Piraten sie erfassen würden. Danach wäre jeder sich selbst der Nächste.